Wissen Sie, was das Überraschendste war mit der Begegnung von Ihnen? Ich habe eigentlich erwartet, dass ich jetzt mit einer Chemikerin spreche und ich hatte eine Philosophin am Telefon. Was ist Farbe für Sie? Das Leben ist Farbe, also für mich ist Farbe, es gibt keine Form ohne Farbe, es gibt gar nichts ohne Farbe. Man könnte sagen, es gibt keine Licht ohne Farbe, also insofern ist es eigentlich alles. Man muss vielleicht dazu sagen, Sie haben in einem ganz normalen Labor gearbeitet, wo Künstlerfarben hergestellt worden sind und das war Ihnen wenig genug, Ihnen hat das natürlich gefehlt. Wie weit war es dann bis zur eigenen Firma, wo Sie Farben mit echten Naturerden herstellen? Es war ein erschreckend kurzer Weg, weil ich habe dann einfach die wunderschöne Naturerden einmal gefunden und ich habe dann gedacht, ich habe festgestellt, dass die heute nicht mehr umgesetzt werden. Industrielle Farbenhersteller verwenden die nicht und ich habe sie total schön gefunden und dann habe ich gedacht, ich mache mal eine eigene Firma. Das ist vielleicht typisch amerikanische. Und wieso sagen Sie erschreckend kurz? War der Weg? Es war sehr unüberlegt, also es war ein sehr impulsiver Akt. Ich habe immer gewusst, dass ich irgendwann mal eine eigene Firma haben will und dann war das einfach mir klar, ich mache das. Und dann hat es eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen. Man muss sagen, ja. Das heißt, in kurzer Zeit ist die Fachpresse aufmerksam geworden. Vielleicht können wir ein Bild einblenden, wo man diese Farbtöpfe sieht. Das sind ja auch ganz wunderschöne Namen zu finden. Ich weiß nicht, ob ich die auswendig kann. Ich lese ein bisschen ab. Persisch-Orange, oder? Also ganz schöne Namen. War das von Anfang an Teil des Konzeptes oder wie sah das aus? Ja, das ist von Anfang an Teil unserer Nischenpolitik gewesen, weil in der Welt werden sehr viele verschiedene Farben gemacht aus wenigen Rohstoffen und die kriegen dann irgendwelche Zahlen. In der Architektur heißt es ein typisches Rot 1080 Y90 R oder irgend sowas. Und das war mir klar als Nischenanbieter, dass wir mit dem nicht werden uns behaupten können. Und ich habe diese Rohstoffe so schön gefunden oder die Vorstellung, dass ein bestimmter Künstler eine bestimmte Farbe entwickelt hat und das macht sie dann unaustauschbar. Und insofern war diese Kulturen auch sichtbar machen von einer bestimmten Farbkultur von Anfang an für uns einfach ein Tragpfeiler von unserer Arbeit. Wir haben ein weiteres Bild, das ein bisschen so in diese Werkstatt blicken lässt. Man sieht hier verschiedene Schubladen. Sieht das so bei Ihnen aus? Also so, wie man sich ein fast Maleratelier vorstellt. Ja, ich denke früher war Farbe, was das der Handwerker vor Ort aus diesem Pulverpigment hergestellt hat. Und im Verlauf von der Industrialisierung hat sich das Farbangebot einfach gewandelt. Und wir greifen diese alte Farbkulturen, die alte Traditionen wieder auf und machen sie einfach neu und ungiftig und auf höchstem ökologischen Niveau. Aber es sind die traditionelle, alte, sinnliche Farben. Sie haben ja gesagt, dass auf Ihrem Weg Frauen Ihnen auch viel geholfen haben. Aber ein Mann hat Ihnen besonders viel geholfen. Das ist Le Corbusier. Wir haben auch da ein Foto von ihm. Sie haben diese Corbusier-Farben rekonstruiert und damit hatten Sie natürlich die Architekten in der Tasche. Oder das war ein super cool. Es ist ein super toller Türöffner gewesen. Ja, es wartet niemand auf eine neue Farbenfirma. Und der Markt ist gesättigt, wie sehr viele. Und das hat uns einfach ermöglicht, Zugang zu finden, auch zu der Presse, auch zu Nachahmen natürlich auch. Weil man hat sofort angefangen, von unseren Farben zu reden. Genau, über den Nachahmen möchte ich gleich noch sprechen. Zuerst möchte ich hier diese drei Farbstafetten ein bisschen anschauen. Also wenn Sie, ich sehe jetzt hier blau, oder? Wenn Sie jetzt hier blau sehen, was sehen Sie? Das ist das Blau, das der Andre Heller uns in Auftrag gegeben hat für Swarovski-Kristallwelten. Das ist dieses berüchtigte Yves Klein-Blau-Pigment, so nah wie wir es hinkriegen. Und ich denke, das ist vielleicht die Farbe, die in der Weltfantasie bis jetzt am meisten angeregt hat. Die Farbe vom Transzendenten, von der Spiritualität. Also das ist wirklich diese Farbe, das Blau eigentlich. Sie haben ja gesagt, dass Architekten, die können nur über Farbe, ich hoffe, es ist kein Architekt hier im Saal, die kommen ein bisschen schlecht weg, aber Sie haben ja gesagt, dass die nur über Farbe reden können, wenn Sachlichkeit ins Thema reinkommt, oder? Von Ihnen als Chemikerin können Sie das wie quasi besser nehmen, besser akzeptieren. Also wenn Sie jetzt eine Farbe in dieser, eine Wand in dieser Farbe malen möchten, wie bringen Sie das an den Mann, an den Architekten? Mir erklären Sie jetzt eben diese Farbe. Die Farbe, die kommt aus dem Le Corbusier-Repertoire. Und viele Leute, die Angst haben vor Farbe, aber eigentlich gern Farbe hätten, die haben dann doch, wenn Sie wissen, der große Ästhet, Le Corbusier hat sowas eingesetzt, dann denken Sie, na dann, wenn der Bauherr möchte, und der Le Corbusier hat es legitimiert, dann könnte es funktionieren. Andere Farben, wie das Blau, wenn Sie so davor stehen im Schatten, sehen Sie, dass es noch viel blauer wird im Schatten. Also diese Sprache dann dem Architekt sagen, es gibt ein Repertoire von Farben, das im Schatten eine ungeheure Wirkungs- und Leuchtkraft entfaltet. Das ist dann auch so eine Art Logik, also es entzieht sich dieser Psychologie zu dem Farben machen aggressiv oder irgendwas, da geht es dann um Farbe und Licht und Raum. Und das ist eine Sprache. Also haben wir hier die Spiritualität, Transzendenz, hier können wir sagen, der Corbusier sowieso. Schattenfarbe, genau. Und hier diese? Schattenfarbe, die wunderschön mit Beton harmoniert und die aus der 50er-Jahr-Palette auch von Le Corbusier kommen ist und einfach sehr schöne Harmonien mit dunklen Hölzern eingeht und eine unheimlich schöne Leuchtkraft auch im Schatten entwickelt. Und dann redet man von Architektur und nicht von diesem heiklen Thema Farben und Emotionen. Und Sie sagten ja, setzen wir uns wieder, Farben wecken Sehnsüchte. Sie haben aber auch gesagt, es weckt die Konkurrenz. Also Sie erleben dann auch einen Einbruch. Nach der ersten Boom-Phase gab es plötzlich auch solche, die genau das Gleiche machten oder das Gleiche verkauften sozusagen. Genau. Was haben Sie dann getan? Am Anfang haben die Leute uns gesagt, du brauchst ein supergutes Vertriebskonzept. Und ich habe so mit der typischen amerikanischen Arroganz vielleicht gedacht, ach was, ein gutes Produkt verkauft sich von selber. Die Leute erkennen den anderen Inhalt und dann wird das schon funktionieren. Und dann, wo wir gemerkt haben, dass wirklich ein gutes Vertriebskonzept vernöten ist, haben wir einen Vertriebsspezialisten engagiert und haben jetzt eine Kommunikationsplattform eine Plattform geschaffen, die auch transportiert, dass unsere Farben wirklich verschieden sind von dem, was die Nachahmer machen. Und das wäre eigentlich von Anfang an eine gute Idee gewesen. Was ich aber nicht ganz verstehe, ist, dass der Markt, der wäre ja eigentlich viel größer. Sie könnten viel mehr produzieren, viel mehr liefern. Der Betrieb ist auch sehr, sehr schnell gewachsen. Die Mitarbeiterzahl hat sich sehr schnell verdoppelt und so weiter. Wieso wachsen Sie denn nicht exponentiell zur Nachfrage? Wir haben uns überlegt, wollen wir ein Lizenzprodukt machen und wollen wir Branding und Lizenzgeschäfte betreiben oder wollen wir wirklich eine regionale Gourmet Slow Food Drei-Stern-Küche bleiben. Das hat vielleicht mit meinem Alter was zu tun, aber das Regionale und die regional gewachsene Kultur und auch die regionale Rohstoffe ist einfach was, das mich begeistert. Und ich brauche weniger Schlaf, wenn ich Sachen mache, die mich begeistern. Und das ist wirklich, was das Herz von meiner Firma einfach daheim ist. Und insofern ist das unser Konzept und es macht uns Freude. Das heißt auch, Sie wollen nie grösser werden als was? 19, 20, 30 Mitarbeiter? Gibt es da eine fixe Zahl? Ich denke, 20 ist so eine Schwelle und im Moment denke ich nein. Im Moment denke ich, wir haben wirklich das Michelin-Drei-Stern-Konzept für die Farbenhersteller. Aber man soll nie, nie sagen, insofern lasse ich mich überraschen. Aber im Moment ist das wirklich das, was uns große Freude macht und unseren Kunden auch. Und von dem leben wir. Aber das Farben-Gourmet-Restaurant merkt jetzt im Moment die Wirtschaftskrise. Sie exportieren 40 Prozent Ihrer Produkte. Was tun Sie da? Wir haben Preise erhöht. Ach, Sie haben Preise erhöht. Ganz einfach. Preise erhöhen. Wer spricht hier von Krise? Preise erhöhen, genau. Genau. Gut, man muss sagen, das ist das eine, aber Sie hätten ja auch Leute entlassen müssen. Und dann hatten Sie aber eine innovative Idee gehabt, dass Sie gesagt haben, wir können das anders lösen. Und das möchte ich doch noch hören schnell. Ja, das stimmt. Ich habe mich ans Tisch gesetzt mit meinem Team, das ist ja ein Überschaubarsteam. Und ich habe gesagt, entweder müssen wir jemanden entlassen, zwei von euch, oder ihr müsst auf Ideen kommen, wie wir etwas umsetzen aus unserer Rohstoff- und Ideenvielfalt, das sehr schnell liquide Mittel in die Kasse bringt. Und dann haben wir meine Produktionsmänner, also die Leute, die wir sonst nie nach Ideen konzeptuell gefragt haben, wirklich zwei supertolle Ideen gehabt für ein Produkt, das eingeschlagen hat auf dem Markt wie eine kleine Bombe. Und das hat liquide Mittel gebracht. Wir haben Farbfächer dafür verkauft und so haben wir wirklich das Team einfach behalten können. Und Mitarbeiteridentität und der Stolz, die sind dann so hochgewachsen, die Leute. Sehr gut. Eben, und dann die Preise erhöhen und die Krise ist gerätzt, würde ich sagen. Und dann später Preise erhöht, genau. Frau Zeitwan, gibt es denn für Sie, wenn Sie jetzt die ganze Zeit unter diesen Farbtöpfen leben quasi, gibt es die eine Farbe, an der Sie sich nicht satt sehen können, die Lieblingsfarbe der Farbenmeisterin? Dieses Gelbgrün, das Wärter-Oliv ist sicher eins, das ich total gern habe. Und wir haben eine neue Farbe auf der Markt gebracht, das heißt Zürichweiß. Es wird aus Seelsteine gemacht und das ist im Moment mein absoluter Liebling. Zürichweiß? Zürichweiß? Zürichweiß?